Mtv-Messtechnik präsentiert PoseTector 6000 jetzt mit höherer Messgeschwindigkeit und verbessertem Scanning. Eine gründliche Qualitätskontrolle während und nach dem Beschichtungsvorgang ist heutzutage Standard, mit Hilfe möglichst vieler Messungen auf einer großen Fläche. Der PoseTector 6000 ist auch dafür perfekt geeignet. Er ist exakt, robust und bedienungsfreundlich. Der PoseTector 6000 misst jetzt mit über 60 Messungen pro Minute, ohne Einbußen bei der Leistung oder Genauigkeit. Für fortgeschrittene Benutzer beschleunigt der Fast-Modus die Messung noch weiter, auf über 90 Messungen pro Minute. Um schnell große Flächen analysieren zu können, gibt es den Scan-Modus. Die Sonde verbleibt dabei auf der Oberfläche und misst bis zu 180 Mal pro Minute. Alle neuen Sonden für den PoseTector 6000 messen nun schneller und sind selbstverständlich kompatibel mit unseren Standard und Advanced Grundgeräten. Zusätzlich bietet der PoseTector 6000 nun zwei neue Scan-Modi. Kombiniert mit einem PoseTector Advanced Grundgerät besitzen alle PoseTector 6000 Sonden den Scan-Modus. Kein ständiges Kalibrieren mehr nötig. Die besonders langlebige Rubin-Spitze verhindert frühzeitigen Verschleiß und bleibt immer korrekt kalibriert. Die FXS und FHXS Sonden für raue Oberflächen haben Sondenoberflächen aus Zirkonoxid verstärktem Aluminium. In allen Scan-Modi misst die Sonde kontinuierlich, sobald sie auf der Oberfläche platziert wird, und findet Stellen mit zu wenig oder zu viel an Beschichtung, die vielleicht übersehen wurden. Es gibt drei Arten mit dem PoseTector 6000 zu scannen. Im normalen Scan-Modus wird jede Messung angezeigt und im Speicher abgelegt, falls Speicher eingeschaltet. Der normale Scan-Modus kann mit anderen Modi kombiniert werden. Beispiel PA2 und Scan-Modus sind parallel eingeschaltet. Nun scannt die Sonde automatisch eine bestimmte Anzahl an Messungen für jeden Punkt. Sobald sie angehoben und wieder abgesenkt wird, beginnt sie am nächsten Punkt erneut zu messen. Im Statistik-Scan-Modus wird während der Messung ein gleitender Durchschnitt angezeigt, zusätzlich zum Minimum, Maximum und der Standardabweichung. Ist der Speicher-Modus eingeschaltet, zeigt das Display diese fünf Parameter an, ohne jeweils das einzelne Messergebnis abzuspeichern. Im Scan-Modus mit einer definierten Anzahl von Messungen wählen Sie bitte im Menü die Anzahl der Messungen pro Scan aus. Jedes Mal, wenn die Sonde aufgesetzt wird, nimmt sie diese Anzahl Messungen vor. Der Durchschnittswert wird angezeigt und wird im Speicher abgelegt, falls Speicher eingeschaltet. Wie im Statistik-Scan-Modus werden die einzelnen Messwerte weder angezeigt noch gespeichert. Schnelleres Messen und verbessertes Scannen. Dies sind nur zwei Wege, wie der Positector 6000 die Untersuchung von Beschichtungen erleichtert. Dramatische Verb Eminen Vorgabe Du bist in der Hand. Fertig sind nur drei Wege als Schichtungen in der Hand. Jeanco Abonniere Stadionds. Untertitelung des ZDF, 2020